Andere Verse aus der Bibel, die werde ich Ihnen gleich auch nochmal zeigen, vorlesen. Sie sind ganz aufschlussreich, wenn Sie verstehen, dass Evolution, so wie sie gelehrt wird, nicht stattgefunden haben kann. Es gibt viele Mutationen, die sind alle Krankheiten. Das sind alle Krankheiten. Da könnt ihr ja sagen, bei Trisomie 18 zum Beispiel, dass das dritte 18er Chromosom gar nicht schädlich ist. Wir haben ja sowieso zwei Chromosomensätze. Macht das ja nichts, wenn man einen dritten Chromosomensatz hat. Das ist aber nicht so. Die Kinder, die diese Krankheit bekommen, die diese Anomalie haben, sind schwer krank. Alle Organe sind geschädigt. Ein anderes Beispiel, wo ein einziges Gen verändert wurde, ist die Bluterkrankheit. Ein einziges Gen ist verändert und die Proteine, die benötigt werden für die Blutstillung, der Blutgerinnungsfaktor, können nicht mehr richtig, also ein Protein kann nicht mehr richtig hergestellt werden. Und der Mensch ist sterbenskrank. Es gibt nur Beispiele für Krankheiten von Mutationen. Das, was wir sehen, sind nur Variationen. Die Genpools sind bereits vorhanden. Und was ist es, was die Evolutionstheorie heute sagt? Sie spricht nicht mehr davon, dass es einen langsamen Übergang der Arten gegeben hat. Nein. Das wird nicht mehr gelehrt an den Universitäten. Heute spricht man von einem explosionsartigen Erscheinen. Das ist der Neodarwinismus. Heute gibt es nur noch den Neodarwinismus. Weil man weiß, dass es ein langsames Verändern und ein langsames Aufeinanderfolgen der Arten niemals gegeben hat. Das wird in den Fossilien, die man findet, nicht abgebildet. Man findet nur entweder 100% Dinosaurier oder 100% Vogel. Und man findet nur entweder 100% Affe oder 100% Mensch. Wir stammen nicht vom Affen ab. Und es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass es eine Zwischenform zwischen Mensch und Affe gegeben hat. Alles, was wir finden, ist nur 100% Mensch und 100% Affe. Das spiegelt sich in den Fossilien wieder. Und ganz interessant ist, das habe ich Ihnen mal ausgedruckt, was die Wissenschaftler, die Evolutionisten selbst sagen dazu, zu diesem Phänomen. Dass sie nämlich keinen Hinweis darauf finden, dass es jemals einen Übergang von Arten gegeben hat. Eine artübergreifende Evolution gegeben hat. Und hier habe ich ein Zitat von einem ganz wichtigen Evolutionisten. Er ist der Direktor für Vogelkunde am Nationalmuseum für Naturgeschichte des Smithsonian-Instituts in Washington. Das Smithsonian-Institut ist eines der führenden evolutionistischen Institute. Und er sagt, ich lese Ihnen das mal vor, das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn er das sagt, sonst ist das so gut wie, als wenn Darwin es sagt. Er ist einer der größten Kapazitäten auf dem Gebiet der Vogelkunde. Und er arbeitet an dem renommiertesten Institut der USA am Smithsonian-Institut. Er sagt, die Darstellung gefiederter Dinosaurier durch die National Geographic Society ist unseriös. Alle diese Darstellungen und Behauptungen sind reines, was sagt er, Fantasieprodukt und nichts als Science-Fiction. Dann sagt er weiter, die Idee gefiederter Dinosaurier und der Theropode-Ursprung von Vögeln. Also der Ursprung aus Dinosauriern. So wie es gelehrt wird. Es wird allen unseren Kindern gelehrt. Die Vögel wären aus Dinosaurier entstanden. Was sagt hier der führende Wissenschaftler? Die Idee gefiederter Dinosaurier und der Theropode-Ursprung von Vögeln werden aktiv von einem Kader eifriger Wissenschaftler verbreitet und einmütig von bestimmten Redakteuren der Journale Nature und National Geographic aufgegriffen, die selbst zu ausgesprochenen und höchst voreingenommenen Glaubenskämpfern geworden sind. Die Wahrheit und sorgfältiges Abwägen der Fakten zählen zu den ersten Opfern ihres Programms, das auf dem besten Weg ist zu einem der größten wissenschaftlichen Schwindeln unserer Zeit. Die Theropodenherkunft der Vögel ist nichts anderes als Science Fiction. Wer sagt das? Der Direktor der Vogelkunde am Nationalmuseum des Smithsonian Instituts. Wir wissen also, die Evolution spielt sich rein auf der phänotypischen Ebene ab. Und alle phänotypischen Merkmale werden durch Gene kontrolliert. Es gibt also kein körperliches Merkmal, ob wir Sommersprossen haben, ob wir blaue Augen haben, blonde Haare haben oder was auch immer, ob wir groß oder klein sind, das sind alles körperliche Merkmale. Und alle körperlichen Merkmale, 100% unseres Aussehens, unseres Körpers, werden durch Gene kontrolliert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Mensch keinen Geist hat und alles was wir denken und was wir fühlen, unsere Gedanken, unser Verstand und unser Bewusstsein nur aus dem Fleisch kommt, dann ist es so, dass auch unser Bewusstsein übertragen werden muss. Unser Bewusstsein muss über die Gene übertragen werden, denn wir kommen 50% von den Eltern und 50% von Vater und 50% von Mutter. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Merkmal übertragen wird, das bei den Eltern vorherrscht, ist immer größer als Null. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Bewusstsein übertragen wird, ist immer gleich Null. Und das beweist uns, weil das kann nicht beobachtet werden. Was würde das bedeuten, wenn das Bewusstsein eines Elternteils auf das Kind übertragen werden würde? Das würde bedeuten, der Vater kann sich selbst durch die Augen des Kindes sehen. Und das ist unmöglich. Und das beweist uns, dass der Mensch einen Geist hat. Das Bewusstsein kann nicht übertragen werden von einem Menschen auf den anderen. Es muss einen geistigen Ursprung haben. Und das bedeutet, der Mensch hat einen Geist. Machen Sie sich das mal ganz klar. Der Mensch hat einen Geist. Sie bestehen nicht nur aus Fleisch und Blut. Sie haben einen Geist. Eine Seele. Und diese Seele ist unsterblich. Die Frage ist, was passiert mit der Seele, wenn Sie sterben? Die Seele ist unsterblich. Gedanken, die wir denken, so müssen Sie sich das vorstellen, sind auch unsterblich. Ein Erfinder, der eine Erfindung gemacht hat, der ist vielleicht längst tot, aber seine Gedanken leben weiter. Der Geist muss von einer Dimension kommen und dort erschaffen worden sein. Denn er kann nicht durch Evolution entstanden sein. Evolution funktioniert, wie ich gerade erklärt habe, nur auf der körperlichen Ebene. Ja, nur durch Auswahl von körperlichen Merkmalen. Wenn ein körperliches Merkmal besser funktioniert, dann, so sagt die Evolutionstheorie, wird es weitervererbt. Es braucht den Tod für die Weitervererbung, für die Weitergabe dieses Merkmals. Aber der Geist stirbt nicht. Und beim Geist gibt es keinen Tod. Es gibt keine Weitervererbung. Das heißt, der Geist lebt ewig. Und da jeder von uns einen Geist und eine Seele hat, ist es sehr wichtig für uns, uns darüber Gedanken zu machen, was passiert mit unserer Seele, wenn wir sterben. Denn wir sind hier nur eine ganz kurze Zeit, eine ganz kurze Zeit auf dieser Erde. 80 Jahre, vielleicht 100 Jahre, wenn es hochkommt. Was passiert dann? Die Bibel sagt, wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Gott fällt sein Urteil aufgrund seiner Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit Gottes besagt, die ist unumstößlich. Gott ist der Gleiche, früher, heute und für alle Zeiten. Gott ändert sich nicht. Denn wenn er sich ändern würde, wenn er sagen würde, was interessiert mich das, was ich gestern gesagt habe, dann wäre er nicht Gott. Gott ist immer der Gleiche. Und sobald wir sein Gebot, sein Gesetz gebrochen haben, sind wir schuldig. Wir sind Sünder. Wir haben unsere Seele verunreinigt und Gott kann uns nicht in den Himmel lassen. Denn Gott ist heilig und Gott ist rein und der Himmel ist rein. Wir sind unrein. Als Sünder sind wir unrein, Gott kann uns nicht in den Himmel lassen. Dies ist seine ewige, unumstößliche Gerechtigkeit. In Apostelgeschichte heißt es, Gott hat zwar über die Zeiten der Unwissenheit hinweg gesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Wir können also nur zu Gott kommen, wenn wir Buße tun. Und wenn wir Buße tun, heißt auch umkehren. Also nicht nur kommen und sagen, es tut mir leid Gott, dass ich gegen deine Gebote verstoßen habe, sondern auch umkehren, das nicht mehr machen. Und das ist sehr schwer für uns. Für mich, als ich meine Befreiung erlebt habe, kurz vorher, war für mich nur die Alternative, entweder ich bleibe weiter in meinen Süchten gefangen, ich bleibe weiter im Rauchen, beim Rauchen, beim Trinken und vielen anderen Dingen, die ich gemacht habe. Oder ich versuche, das einfach zu lassen. Ich versuche, mich zu kasteien. Und ich habe das wochenlang versucht und ich habe die Hände in die Wände geschlagen, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Ich konnte das alleine nicht schaffen. Und erst als mir jemand gesagt hat, ja hör mal, du bist doch gläubig. Ich habe gesagt, ja, ich gehe auch regelmäßig in den Gottesdienst und ich glaube, dass auch Gott mir hilft und so weiter. Ja, aber die Sache ist die, du musst das vollständig machen. Du musst dein Leben vollständig Jesus übergeben. Dann macht er dich ganz frei. Und dann ist es auch ganz einfach, denn er nimmt die Bindung an der Sünde, nimmt er von dir. Wir sind alle, ihr seid alle gebunden an der Sünde.